Dieses zusätzliche Modul erlaubt es, Elemente mit dem Handlingkran zu wenden und an eine andere Station weiter zu befördern. Damit wird der Hallenkran nur noch zum Abtransport der fertigen Elemente benötigt, was wichtige Wartezeiten reduziert. Die Krantraverse ist auf dem Modul integriert und muss nicht erst gerüstet oder zwischengelagert werden. Der Hakenabstand und die restliche Bedienung kann einfach per Plansteuerung geriegelt werden. Das Modul wurde für Riegelwerk und Erstbeplanung konzipiert und hat eine Traglast von maximal einer Tonne. Elemente können an Ort gewendet werden, ohne dass man an einen Nehmertisch gebunden ist. Sie können aber auch an andere Stationen oder Material vorbeitransportiert werden, womit man nicht an einen Produktionsfluss oder geregelte Taktzeiten gebunden ist. Nach Beenden des Vorgangs schaltet man in den normalen Bedingungen um und das Modul fährt automatisch in die Ausgangsposition zurück. Wer quasi bewusst ist, mit dem Modul auf die Welt der Zeitreen Da ist eine nice Bohe eines Schenарт uğestajargleichen, Da ist ein Badged Schenfall. Wer wie dieser Ausgangspunkt hinein oder der Komp 섾, in der Anspreiste募 Pumpschnahmen absch 하겠습니다. Untertitelung des ZDF, 2020